Bei der Ernte zählt vor allem eines, Zeit. Jedoch wird Ihre Erntegeschwindigkeit unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel bei liegendem Erntegut, erheblich reduziert. Mit der hydraulischen Horizontalverstellung des Schrägförderers der neuen S-Serie von John Deere können Sie jetzt den Winkel des Schrägförderers leicht einstellen und den Messerbalken direkt von der Kabine aus auf die gewünschte Höhe absenken oder anheben. Hierdurch wird die Ernte von liegendem Erntegut erheblich erleichtert, da Sie das Messer sicher unter den liegenden Ähren laufen lassen können. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Sie wenig Schnittähren und kurze Stoppellängen erhalten, ohne die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren oder die Fahrtrichtung anpassen zu müssen. Auch wenn der Mähdrescher in weichem Boden einsinkt, können Sie den Schrägförderwinkel einstellen und so eine niedrige Schnitthöhe oder gleichmäßigen Gutfluss beibehalten. Die Anpassung an Reifen- oder Raupenlaufwerke unterschiedlicher Größen ist jetzt ebenfalls im Handumdrehen möglich. Die neue S-Serie von John Deere. Maximale Erntegeschwindigkeit, selbst unter schwierigen Bedingungen. Die softer testung an Reifen- oder Raupenlaufwerke unterschiedlicher Größen zu der Schlant Cliff von John Deere. Das ist nicht immer so ein Teil der Größen- oder Raupenlaufwerke unterschiedlicher Größen. Darumdrehen will die Schrägförder,